ja und willkommen mein name ist an die röpe in meiner mittelmarie master und wir müssen euch zurück zuletzt bei joshies voli wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten welt angekommen der letzten großen welt wir haben schon pausers festung gesehen aber noch nicht betreten wer es in welt 63 sind und würde ich sagen wir fangen jetzt mal an mit lavieren durch die laber höhle was auch immer lavieren heißt erklärt uns das weg ist schreibt es in die kommentare was heißt es der weg ist gut das wahrscheinlich und schreibt hier kommt ja ich glaube die macht dann wirklich er macht da manchmal so bei solchen sachen wir auch generell irgendwie so verschiedene fakten irgendwie manchmal so random irgendwie okay ich dachte aber warum fühle sich jetzt gerade gemobbt von wir sehen wir nicht weiter weiter gehen fühlt sich gemobbt ich glaube das scheint so eine art in tü zu sein natürlich über die röhre sondern erst mal ja oder geben wir dann auch gegen die tür okay die türen der roten an die türen найtsp 하는 oh okay nine South korte nope Nadine we are you doo 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 dog dude desmos-met Almost awesomes thing you think i ever see in my entire life hier habe ich dann hier keine einzige wolle bekommen das warum hat ihr recht zu sagen ja er war schon die dritte meine wolle eine wurde jetzt ist es meine ich nehme das was ich nehme das was du gehören aus meinem eigentum das nennt man klauen warum muss es ausgleichen jetzt sterben kannst du nicht ein bisschen besser aufpassen ja vor allem vor allen du ich mache dich jetzt zu meinem befehlshabenden ein wir wissen wir sehen ich hätte auch kaputt machen geld für jedermann nein 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 da war ein bisschen jetzt gestorben ich darf doch immer danke ein bau ist einfach freundlich das ist kein das ist wolle nein naja sind rund wie ein ball das ist einfach nicht manche leute werden das würde gerne seine ganzen wurde müssen das war bestimmte die dann ihre aber ja hast du da gemacht du kriegst ja nur auf die presse immer vorher und wenn wolle das gefährlich was soll ich denn sein auf wolle nur weil ich glaube in wasser wolle nein ich bin eis wolle ich bin frost joshi mit schwach gegen feuer was auch mal da reingehen aber wir haben sie überhaupt keine orientierung sind mehr vor allem musst du jetzt sterben und jetzt wo wir mit dem rest Easy peasy breezy. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy, breezy lemon squeezy. Nein, das ist schade. Daher genau, du kannst dich da ja zu Knoten, der Reisverschüsse? Ja, ich bin überrascht. Ich bin über die Sache ein bisschen einfacher machen. Oh nein, wir haben da was verpasst. Checkpoint. Und zwar zurück. Auch hier ist ein Ende. Lass mich da durchgehen. Nein, 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 nein. Ich hab da nicht getrunken. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Oh, foi, foi. Ich hoffe, wir haben das nie im Leben. Um das Schalt durchzukommen. Aber es gibt irgendwie so einen Anstrecker, der einen gegen Hitze irgendwie immun macht, ne? Das war vielleicht gut. Ja, jetzt müssen wir hier durch. Und jetzt müssen wir schnell sein. Oh nein, das ist schade. Oh nein, das war richtig. Ja, es gibt eine Leute im Leben. Ach so. Ich bin auf sie. Ja, ich bin auf sie. Das ist schade. Ich bin na, ich bin auf sie. Aber das hat ist hier. Ich bin auf sie. Ich bin auf sie. durch nur ich das folgte auf uns nicht erwischen war noch ganz 2 nein 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 ich glaube da muss ich vielleicht dazwischen so ich glaube dass dass wir jetzt dann jetzt wieder um uns kommen ja genau hier sie haben das mussten wir sogar machen ich habe meine idee wenn das jetzt funktioniert die erste mal verpasst also ja immer weiter in diesem da will wenn wir nichts bekommen hier weiter ich habe mich selbst dafür geopfert dass die wolle ok ich wollte schon sagen jetzt weiter nach oben kommt er sich auch wenn ich immer irgendwo unterschmeißen wenn er solche sachen und ich bin der böse wenn ich einmal da mache ja klar sieg ist gut verlieren bis böse ihr wisst was das heißt aber dafür gewinnt jetzt noch ohne spiel niemals jetzt will ich bei der way was heißt lavieren ich habe keine ahnung und wir haben auch eine münze noch was wir mir gar nichts bekommen so ein dreck alles deine schuld haben bonusspiel bekommen das habe ich bekommen ist meins wir haben ein bonusspiel bekommen nein 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 wir waren jetzt einfach bis die zeit so läuft das finde ich aber nicht in ordnung von dir ja welt 6 welt 6 aber nicht in den ersten beiden als gehabt bisher ja hatten wir aber wir haben 820 stempel auf mir gefunden dafür bekommen neue stempel da habe ich mir immer gewünscht als vier besser als neuer joshi ja und wurde das an diese burg da ist pink wie viele minuten haben wir wir haben heute ok um oder wer da auf uns wartet aber wenn ich schon wieder knut werde dieser fein knotwert ist schon wieder dieser fette park diese minibus wurden dreimal recycelt die kam es dreimal vor so bisher immer in mario spielen so nein in diesem spiel ist echt am schlimmsten das ist der einzige kritikpunkt im spiel und das ist dieses spiel wunderschön und diese eine kruppe auch immer jede zweifestung sofort und super mario post 3 da gab es auch noch nicht so viel war zwei zeit doch noch anders verdammt aber dieses spiel ist ich weiß ich also aus welchem jahr dieses spiel stand 2015 glaube ich ja 2014 glaube ich war das sind sehr gruselig machen sie dir angst im gesichter natürlich also alles was irgendwie gesichter hat ein ballon sind gesichter hat ist auch mal da ist was er ist gesehen ich habe wurde gesehen ich habe wohl ich habe wohl gesehen du nicht das pink ist ein pinker joshi wenn ja dann der neuer ist es heiß gewollt sie wollte sammeln kann man ja also diesen george gesehen also gemütlicher war da jetzt zeigte wir was trainieren wir denn heute trainieren wir auf ballons reiten er war natürlich das ausweichen hier da also ist mein ballon kaputt gemacht also aber eine backpfeife das ist ja mittel und tag wird scheiße nein der sache ein weil den ballon reingegangen das nix sagt man halt was kriegs sie sich denn sind die erste lage marsch mit aus nein das wollte ich damit vermeiden oh nein ja er setzt mich gerne gerade ich habe ich habe es schon geschafft okay nein 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 lebe das war es dass sie doch nicht einfach so sterben nein da glaubt aber auch nur du jetzt werden wir sterben ich sage es war es wert man sei doch ein bisschen aerodynamisch verdammt ich bin aerodynamisch diese keine angst weil ich alles machen musste ich muss immer wieder alles machen so typisch was hast du getan möchte machen wir nicht einfach geschmissen ja so du bist so mit diesen mit diesem resultat bin ich zufrieden du warst da bist du scheiß arschloch oh gott so du scheiß das war gut warte blumen so alles noch planen bisher haben sie sich nur darauf konzentrieren mich fertig zu machen wir das lenk ich nur ab ich habe richtig die finger kriege naja wenn ich die finger kriege aber nette politik noch mal schneller war und das ding also ich kann nicht wieder herunterziehen da müssen wir alles machen kann es mal mit dem ballon kommen das ding auf die balance zu machen ja ich habe nichts gemacht man die raketen jetzt alle wolle nein 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 wir müssen noch zwei müssen sein da ist eine dass die andere wird das die blumen ist los du bist nicht so du bist viel aerodynamisch als ich nein wir haben aber nicht alle herzen das egal hauptsache wir haben alles andere ja was sagen wir jetzt wieder guten tag die neuen überfall wir haben keine waffen jetzt mache ich jetzt hier schluss mit der nadelstichtaktik wenn mein freund hier mit euch fertig ist wenn euch niemand mehr zusammen flicken und zwar ohne l mein war der hat jetzt also seine kanonen auf sie drücken nein was machen wir jetzt und nein was sollen wir nein und nein nein ich denke das war auch im bauch klatschen ja nein warum der ist es ja hinter dir da ist immer noch mal anhalten dinge mit oh mein gott ging mir noch mal wir müssen treffen na gut ein pflaster sein ding also da müssen die kanonetreffen wird noch mal der nutzgeist ein flügel wie kann der fliegen so ein loch hier mit einem weg ich glaube ich glaube ich habe versucht den unterstampfen so der unten ist natürlich sehr viel besser einer davon sollte besser frecken beide betroffen werden sind wir tot sollte mich vielleicht vorher mal bescheid sagen wenn man hat nicht jetzt müssen wir alles noch mal neu machen ja doch klar natürlich auch nur als deine schuld wenn es auch vorher sagen warte ich bin ich kurz rum du musst du allein okay damit kann ich leben du kannst damit leben dass du schuldig bist ja super jetzt müssen wir die alles so ich habe mir das dinge gut oder wolle 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 kaufen sichtbar also kopf hier ja was mir was mir nur das zu sagen 6 50 ja okay hier auf dein ballon auch deinen ballon ein ballon ein ballon den gebe ich nicht mehr über mir ganz allein da mal ein bisschen man denkt 200 links ich bleibe links ich bleibe rechts wie es sich gehört so klasse 10 ok nein ja was aber noch 10 oder 15 ja 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 wir kennen deine moral predigt soll es sich immer umdringen also muss man ja und sie kann ja aber wann ich bin wir bleiben bei der blühen am besten dazu nein bettokoll aus dieser koloss der holz zu reichen bleiben damit man den treffen das sieht gar nicht gut aus ja gott also geht auf jeden sturm zu nein wollte kommen wir haben es geschafft der tanz ist so cringy so mega scheiß ist ne 1 neuer rekord aber wir haben alles andere haben wir gesammelt ja das ist aber zählen genau wir haben wir haben einen neuen joshy bekommen der sogar noch pink hoffentlich pink ist dabei gewesen alle triggern schicke sind umsonst aber nur für eine ganze zeit kaugummi joshi nicht so dass ich haben wollte aber du hast pink aber es ist pink aber hier die masche der minuten haben wir 29 das machen wir das letztlich noch nicht sondern erst im nächsten fall ich muss mal gucken genau da war nicht so erfolgreich darüber reden wir nicht ich kann mich nicht mehr erinnern was war denn damit da war ich alles geklickt wirklich wird dann soll ich mir beendet partier ja und sagen tschüss bis zur nächsten folge bye bye